Herzlich Willkommen! Wir haben in den letzten Schritten gehört, dass Jesus um seine Gemeinde wirbt und auch um uns und er uns zu einem Glauben führen will, der ihn in den Mittelpunkt stellt. Bei all dem Negativen, mit dem wir in der Kritik an diese Gemeinden konfrontiert wurden, will Jesus aber, dass wir uns mit dem Guten auseinandersetzen. Der Aufruf heute lautet, zünde ein Licht an. Wir lesen Offenbarung Kapitel 2, die Verse 24 bis 29. Euch aber sage ich, den anderen in Türtüre, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben die Tiefen des Satans, wie sie sagen. Ich will nicht noch eine Last auf euch werfen, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater und ich will ihm geben den Morgenstern. In dieser Gemeinde gibt es treue Christen, aber es gibt auch Christen, die sich ständig mit dem Negativen, mit den Tiefen des Satans beschäftigen. Das sind scheinbar auch gleichzeitig jene, die die Irrlehrern Isabels verbreiten. Den Teufel an die Wand zu malen und sich ständig mit dem Bösen auseinanderzusetzen, ist ein falscher Schwerpunkt. Denn dabei besteht die Gefahr, den Blick auf das Wesen Gottes zu verlieren. Manche sind Meister im Suchen und Finden von Fehlern und Missständen. Sie reden immer über das, was nicht in Ordnung ist und sind dadurch sehr negativ gepolt. Die Gedanken, um das Böse kreisen zu lassen, kann erst recht in den Irrtum führen. Wir sollen nicht das Negative verehren, sondern Gott. Wir brauchen nicht ängstlich sein, sondern dürfen wissen, dass wir in Gott geborgen sind. Wer unsicher durch das Leben geht, ist anfällig für abergläubische Ideen. Wer in Gott gegründet ist, wird frei von esoterischem, astrologischem oder energetischem Hokus-Pokus. Wir sollen uns nach Paulus mit der Tiefe der Liebe Gottes auseinandersetzen. Er sagt weiter, wir sollen auf Jesus sehen. Und er meint, wir sollen uns auf das konzentrieren, was wahr ist, was gerecht ist, was liebenswert ist. Jesus bezeichnet sich als das Licht für die Welt. Er sagte, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Licht vertreibt die Dunkelheit. Deshalb ist es im Alltag immer besser, ein Licht in irgendeiner Form anzuzünden, als über die Dunkelheit zu jammern oder kritisch und sarkastisch zu werden. Das Wort Evangelium, Euangelium, bedeutet wörtlich die gute Nachricht. Dieses Evangelium soll unsere Gedankenwelt erhellen. Die Christen von Thyatira werden angesichts von Ungerechtigkeit mit dem Gericht Gottes getröstet, damit sie erkennen, dass Gott letztlich alles gut machen wird. Sie sollen optimistisch bleiben, weil sie erkennen, dass die Werke Jesu sie errettet haben. Sie werden ja aufgefordert, die Werke Jesu festzuhalten. Er ist für uns gekommen, gestorben, auferstanden. Er ist unser Fürsprecher und er wird wiederkommen. Ich denke, das ist wichtig, dass wir diesen Blick auf das richten, was Jesus Christus für uns getan hat. Und darum wollen wir auch jetzt wieder zu ihm sprechen. Herr Jesus, danke für dein Licht. Danke für all das Positive, das durch dich in mein Denken kommt. Ich will auf dich sehen und erkennen, was du für mich getan hast und tun wirst. Danke für deine Erlösung. Amen. Ja, Jesus findet bei jeder Gemeinde auch etwas Positives. Wenn er etwas anspricht, dann nicht darum, dass wir uns im Negativen verlieren, sondern uns davon trennen und ihm treu sind. Das nächste Mal spricht Jesus über Menschen, die geistlich tot sind. Was meint er damit? Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal über dieses wichtige Thema Gedanken machen. Auf Wiedersehen. Beideon. Ich bin Gott. Vielen Dank.